Ich bin Daukan Krilic. Ich bin 16 Jahre alt. Meine Positionen sind der linke und der rechte Flügel. Meine bisherigen Feinde waren der VfB Necker-Rims, der FSV 08 Bissingen und der letzte S-G Zone in Großasbach. Meine persönlichen Ziele sind, mich weiterzuentwickeln. Die Ziele mit der Mannschaft sind, oben bei der Oberliga zu spielen und mein persönliches Vorbild ist Cristiano Ronaldo.